Hallöchen und willkommen zurück zu Let's Play Haston. Und wir spielen weiter unseren Droiden. Mal schauen, wie es weitergeht. Ich hoffe ganz gut. Letzte Runde hatten wir ein Mirror Match gegen einen anderen Droiden, der sich dann selbst getötet hat. Ich weiß nicht, ob er damit gerechnet hat oder nicht. Wir werden es aber nie wirklich erfahren. Und wieder ein Droiden. Okay, einigermaßen okay Handkarten. Und wieder ein Manipulator. So, grüß mal noch. Oh, er hat eine junge Priesterin. Äh, spiel ich dich? Ich werde die Zeit für ein bisschen Blut vergießen. Ach, bin ich blöd. Ich hätte ja auch einfach das hier machen können und dann angreifen können. Oh, mein Gott. Okay. Ja, ist okay. Plus 2 und 2 und Spott. Also den will ich auf jeden Fall wegkriegen. Weil wenn der dann eine Zauberkarte spielt, ist das natürlich auch blöd. Ja, mach mal zu. Jetzt wird er wahrscheinlich mit seiner jungen Priesterin wegmachen. Alles okay. Bislang ist das noch alles soweit okay. Spielen wir unseren eigenen Golem. Den verwarnen wir uns für die nächste Runde. Äh, für den nächsten Zug. Vielleicht auch ein Diener Todesröcheln ruft einen Trend 2.2, äh, 2.2 raus. Ja, das gefällt mir eigentlich soweit ganz gut. Drei Schaden. Auf den. Machen wir so. Wir holen uns die Rüstung. Und machen es so. Okay, was spielt er jetzt? Lohnt sich das eventuell dann sogar zu kopieren? Okay. Leeroy. Leider können wir ihn dieses Mal nicht verstärken. Groß. Aber er muss ihn... muss ihn traden. Dann mache ich es nämlich so. Und so. Und verursachen lieber mal 6 Schaden noch. Wo soll ich zuschlagen? So, okay. Jetzt haben wir den hier. Wo soll ich zuschlagen? Nehmen wir den als Spotter? Oder mit Ansturm? Machen wir das so. Okay. kriegt er dann eigentlich wenn ich den jetzt kopiere auch den ansturm ich habe keine ahnung er bekommt er okay hier die runde läuft nicht ganz so gut trainer den oder den ist eigentlich egal ansturm 5 und 2 haben danach nur noch drei mana machen ich glaube das ist gar nicht mal so verkehrt jetzt für ihn gewesen dadurch hat er jetzt ja den windson gekriegt und dadurch haben wir jetzt auch verloren alles klar das war dann unsere erste niederlage in dieser runde wahrscheinlich auch nicht die letzte und ich hoffe es hat euch trotzdem gefallen und ihr schaltet auch beim nächsten mal wieder ein wenn es heißt let's play haste und ciao ciao